Sie sind hier, 3. September 2018, 16.45 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Hendrik Beidand unterschrieb bei Hannover einen Vertrag bis 2020 Urheberrecht, get the image, Hendrik Beidands Traum wird wahr. Der 23-Jährige bekommt bei Hannover 96 einen Profi-Vertrag. Vor vier Jahren spielte er noch in der Kreisliga. Hannover 96 hat Senkrecht-Starter Hendrik Beidand mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Das gaben die Niedersachsen am Montag bekannt. Der 23 Jahre alte Angreifer unterschrieb bis 2020. Natürlich ist die Geschichte von Henne ein Fußballmärchen, wie es im heutigen Profi-Fußball nur noch ganz selten vorkommt. Umso schöner ist es für uns alle bei Hannover 96, Teil dieses Märchens zu sein und mit dem Profi-Vertrag ein weiteres Kapitel schreiben zu können, sagte 96-Manager Horst Held. Weidand mit drei Toren bei seinem Pflichtspiel-Debüt für die Hannover Anna in der ersten Runde des DFB-Pokal gegen Drittligist Karlsruher SC 6 zu 0, erzielte Weidand zwei Tore. Am ersten Spieltag der Bundesliga gegen Werder Bremen 1 zu 1 traf Weidand ebenfalls. Im Sommer war Weidand vom Regionalligisten 1. FC Germania Edisdorf Langreda zur U23 von Hannover 96 gewechselt. 2014 kickte er noch beim damaligen Kreisligisten TSV Großmunzel von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017